They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're so royal, you're ever, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Sida, hast du irgendwas von den Mädels gehört, seit sie zu der Party aufgebrochen sind? Ich war gerade im Wald. Keine Sorge, Dad. Blondie, Lox und ihre drei Freundinnen werden es nicht wagen, so schnell wieder zu kommen. Gut gemacht, mein Junge. Blondie? Was hatte sie denn im dunklen Wald zu suchen? Merkwürdig. Sie hatte doch eigentlich vor, in den Zauberwald zu gehen mit Ashlyn, Poppy und Cupid. Sie sind in den falschen Wald gegangen. Sie sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Dann müssen wir jetzt ganz dringend etwas unternehmen. Kommt los. Wie lange wollen wir denn hier noch auf Baba Yaga warten? Sie wird schon kommen. Wir müssen positiv denken und etwas Geduld haben. Positiv hin oder her. Ich habe genug gewartet. Das ist ein Notfall. Also, wie bedient man diese Dinge? Wow. Baba Yagas Häuschen vorwärts. Hey, das ist ja viel leichter als gedacht. Oh, mir macht es mir nicht leid. Ich bin noch Hausfahranfänger. Das ist meine erste Fahrstunde. Ja, Sommer. Jetzt nicht. Jetzt nach links. Ja. Ich bin frei! Endlich! Ein Zauberspruch ging schief und ich saß die ganze Nacht in der Flasche fest. Raven Queen, bist du etwa ohne meine Erlaubnis dieses Haus gefahren? Ähm, nun... Ganz hervorragend! Damit gibst du deiner dunklen Seite endlich die Chance, sich zu zeigen! Ich hatte einen Grund! Unsere Freunde haben sich vielleicht im dunklen Wald verirrt. Sie brauchen unsere Hilfe! Sag nichts mehr! Festhalten! Ausflug in den dunklen Wald! Wir hätten das Waldfest inzwischen längst finden müssen. Lasst uns jetzt nicht weiter über unsere schwere Situation nachdenken, sondern über andere Dinge reden. Oh, Jungs! Das ist genau das, woran ich ehrlich gesagt nicht denken wollte. Ich hab ganz vergessen, dass Dexter heute Abend mit Raven ins Kino geht. Aber wer weiß, kann doch sein, dass es gar nicht so gut läuft. Ich glaub, ich trage dieses Armband. Oder, äh, vielleicht diesen Ring. Oh, die Kette ist aber auch hübsch. Es ist keine Abschlussprüfung, Raven. Ihr geht zusammen in einen Film. Ich weiß, ich weiß. Oh, ich bin viel nervöser, als ich dachte. Ich meine, das ist mein erstes richtiges Date mit Dexter. Oh, er ist da! Oh, Entschuldige, ich habe nichts gemerkt, dass das Holz dein Kopf war. Ich meine, die Tür war dein Kopf. Ich meine, hier, Blumen. Dankeschön, Sie sind, äh, wundervoll. Ich hab's vergessen. Böse Königin, Blumen. Ist schon okay. Ich, ähm, ich stelle sie einfach ins Wasser. Ich bin so ungeschickt. Es tut mir so leid, Dexter. Nein, es tut mir leid. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Ehrlich, es tut mir so leid. Mir tut's jetzt so, so leid, dass es dir leid tut. Meine Güte, hier ist es ja echt abgefahren und, ähm... Vielleicht können wir uns einfach irgendwo setzen. Was meinst du? Pass auf, wo du hintrittst. Wieso sage ich sowas? Soll ich was zum Knabbern holen? Ich hole was zum Knabbern. Nein, 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 ich sollte bleiben. Nein, ich hole lieber was zum Knabbern. Möchtest du was zum Knabbern? Ich möchte was zum Knabbern. Ich geh mal zur Toilette. Musst du vielleicht auch mal aufs Klo? Es reicht! Ja. Raven. Dexter, ich... Ich glaub, ich muss dir was gestehen. Ich bin wirklich richtig super nervös. Du bist nervös? Aber ich bin doch nervös. Wir haben wohl etwas gemeinsam. Also ehrlich, es gibt eigentlich keinen Grund, nervös zu sein. Lass uns einfach so sein, wie wir sind. Und den Abend zusammen genießen. Ja, aber Raven... Shh, der Film fängt an. Ich kann kaum erwarten, was als nächstes geschieht. Ich bin doch nicht... Ja. Ich bin doch... Ich bin dochens. Ich bin doch Tadá! Perniková chaloupka, to je perfektní. Jdeme, holky. Ulomeme si kousek zvenčí. Fuj, hnus. Je celá zaprášená. Koukneme se dovnitř. Co tady chcete? Najdete si svoji vlastní Pernikovou chaloupku. Fuj. Vítejte vřele v jogurtovém baru slečny Mafet. Je to mňamká. Posaďte se a uvolněte se. Jen jsem jim chtěla říct, že mají přístup na web zdarma. Nebojte, holky. Znám tady jednu rodinu a ta mě vyloženě zbožňuje. Haló, to je blondý Lox. Co budeme dělat? Nehejpejte se. Třeba odejde pryč. Hm, asi nejsou doma. Dobrý den. Dobrý, blondý Lox. Ale vítám. Tak raději, pojďme jinam. Moc ráda jsem vás poznala. Co to vykládáte? Ne, mé kamarádky mají hlad. Nemáte náhodou nějakou kašičku? Ale jistě. Vždycky máme kašičku. A nabídnout jí dívce, která nám vrazila do domečku, by asi bylo zdvořilé. Hmm, to by stačilo. Už mi rozbila postýlku, rozbila mi židličku. Já už to nevydržím. Ně prýč. Ně prýč, ně prýč, ně prýč. Tak, to byl Trapas. Měli jste mě nechat mluvit. Jak jsem řekla, ti mědvědi mě opravdu melují. Also, auf der Einladung steht, geht einfach in Richtung des Zauberwaldes und die Party wird euch schon finden. Ich verstehe. Zwei Mädchen allein im tiefen Wald. Was ist das? Das ist ein Busch. Oh, ja. Ich hab immer ein bisschen Angst im Wald. Ich meine, wer weiß, was passiert, wenn es dunkel wird. Jemand beobachtet uns. Siehst du, die Bühne kommen immer mehr. Ich kann es hier nicht mehr aushalten. Ähm, Cupid? Wir haben bis jetzt nicht mal das Schulgelände verlassen. Oh. Hi Mädels. Wisst ihr was? Ich darf über das Blaumondwaldfest im Spiegelkast berichten und habe sogar ne Extra-Einladung gekriegt. Hat da jemand Extra-Einladung gewagt? Fable. Na toll. Es hat uns also jemand beobachtet. Beobachtet euch. Haha. Oh nein. Ich war nur gerade auch hier und habe zufällig gehört, dass meine beste Freundin Blondie Lox eine Extra-Einladung zum Fest bekommen hat. Also komm. Machen wir uns auf den Weg. Hi Leute. Meinetwegen können wir los. Oh, du bist Blondies Gast beim Fest. Naja, wie man es nimmt. Blondie wollte, dass sie jemand frisiert. Wer ist denn das? Mädels? Das ist Fable. Wenn wir könnten, würden wir dich mitnehmen. Ganz ehrlich. Aber es geht nicht. Tja, dann solltet ihr vier wohl besser gehen. Wenn wir zurück sind, machen wir es wieder gut und unternehmen etwas zusammen. Klingt super. Falls ihr überhaupt jemals zurückkommt. Hey, Hallöchen Ceres. Hey, immer schön locker. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich schön spazieren gehen kann? Ähm, ja sicher. Nehmen wir mal an, ich wäre ein unwissender Reisender in diesem Wald. Würdest du mir verraten, was der schlimmste und gefährlichste Fehler wäre, den ich begehen könnte? Naja, nur so viel. Der Zauberwald liegt zu deiner Rechten. Der dunkle Wald liegt zur Linken. Der schlimmste Fehler, der dir unterlaufen kann, ist tief in den dunklen Wald zu laufen. Wie auch immer, ich muss los. Warte, aber du hast doch gerade gesagt... Ach, ist auch egal. Damit ich mit den Absagen leben kann, zeige ich ihnen den falschen Weg hier an. Die Weggabelung müsste gleich da vorne sein. Wir müssen nur diesem Schild folgen. So gelangen wir direkt in den Zauberwald. Der sieht für mich aber nicht sehr zauberhaft aus. Ach, kommt schon Mädels, wir sind schon spät dran. Also 3 zum T plus du und ich, wie ich das sehe. Aber ich habe die Kuchen mit den Keksen und den Untertassen vertauscht. Hallo Raven! Tut mir leid, ich habe gar nicht zugehört. Es ist nur, weil Dexter mich endlich gefragt hat, ob ich mit ihm ausgehe. Ich will nur, dass dieses Date irgendwie... Toll wird? Dann weiß ich, mit wem du unbedingt sprechen solltest. Ich habe es endlich getan. Ich habe Raven um ein Date gebeten. Oh, was habe ich getan? Probleme mit einem Mädchen, kleiner Bruder? Blondie! Danke, dass du gekommen bist. Ich weiß, dass du dich gerade für den Spiegelcast vorbereitest. Oh ja, es geht um die Kunst, Cupcakes zu dekorieren. Alles muss einfach perfekt sein. Oh, entschuldige bitte. Hi, ist das ein frischer Cupcake, den ich da rieche? Kann ich fragen. Tut mir leid, aber ich arbeite hier nicht mehr. Bis dann. Wow, wie unhöflich. Naja, auf jeden Fall geht es um dieses Date. Heute Abend mit Dexter. Wow! Perfekt, da könnten die gar nicht sein. Ein Cupcake bitte. Was hast du gesagt? Naja, ich habe da dieses Date und... Uh, ein Date! Okay, wir behaupten jetzt einfach, ich wäre er und du bist du. Ähm, aber ich bin ich. Ich sehe dich und dann sage ich, Mensch, Hallöchen Raven. Mann, du siehst einfach perfekt heute Abend aus. Du hast gezögert. Was stimmt nicht mit mir? Es wird eine riesen Katastrophe. Du kannst mir vertrauen, kleiner Bruder. Du bist dein Prinz Charming. Alles, was du brauchst, ist dein umwerfendes Lächeln. Äh, äh! Okay, lass es mich versuchen. Ähä, echt jetzt? Und das super spezielle Geheimnis bei Jungs ist besonders wählerisch zu erscheinen. Mut, zum Beispiel der Typ da drüben. Er ist zu witzig. Dieser Typ scheitelt sein Haar viel zu weit links. Der da hinten kaut viel zu laut. Sein Hut ist merkwürdig. Und wenn du dann dein Killer-Lächeln zeigst, hast du's schon so gut wie geschafft. Sei einfach umwerfend stark. And beliebt auch, sei unbeschreiblich gut auss chanting! Sei einfach wie ich. Du meine Güte. Viel zu geheimnisvoll. Er ist zu trottelig. Seine Füße sind zu groß. Er ist zu still und er ist rot. Sie hat Cupcakes. Ein Cupcake. Ein Cupcake. LONDI! Oh nein. Ja, du hast anscheinend die Kontrolle verloren. Aber weißt du was? Das war gar nicht so schlecht. Dieses Cupcake-Style-Kleid ist genau das Richtige für meinen Spiegel-Cast. Und ich glaube, du machst bestimmt alles richtig. Bis zum nächsten Mal.